Ja, herzlich willkommen auf dem Messestand der EMA-Gruppe. Dieses Jahr wird mir eine ganz besondere Ehre zuteilen. Wir feiern mit unserem Exponat nämlich Premiere und ich darf Ihnen dieses Produkt nun im Folgenden genauer vorstellen. Es handelt sich hierbei um unsere neue horizontale Welzfräs- und Schneckenfräsmaschine, die EMA-Köpfer HLC 150H. Als wir mit der Entwicklung dieser Maschine begonnen haben, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, eine Verzahnungsmaschine Modul 3 bei Durchmesser 150 mm zu konzipieren, die im Hinblick auf ihre Leistungsdaten alle anderen am markterhältlichen horizontalen Verzahnungsmaschinen übertrifft. Das Resultat ist eine horizontale Verzahnungsmaschine mit einem 28 Kilowatt starken Fräskopf. Wir ermöglichen einen Shiftweg von außerordentlichen 220 mm, wobei der Fräskopf dennoch um volle 180 Grad geschwenkt werden kann. In Kombination mit einem Achsabstand von 130 mm haben wir auf diese Art und Weise eine besonders universelle und flexible Verzahnungsmaschine entwickelt. Egal ob Sie Welzfräsen, Schälwelsfräsen, Schneckenfräsen, Schneckenschälen oder Sie sogar geradverzahnte Kegelräder im Konikronverfahren Welzfräsen. Mit der HLC 150H sind all diese Verfahren möglich. Für kurze Nebenzeiten sorgt zudem das EMA-Köpfer-typische Hochgeschwindigkeits-Ladesystem der Maschine mit Doppelrotationsgreifer. Damit ermöglichen wir Spahn-zu-Spahn-Zeiten von gerade mal so drei Sekunden. Mit der HLC 150H haben wir eine sehr universelle, flexible und dennoch leistungsfähige Verzahnungsmaschine entwickelt. Wir sind uns sicher, dass wir mit diesem Produkt im Bereich der horizontalen Verzahnungsmaschinen einen ganz neuen Maßstab setzen. Musik